Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei, ja, nochmal, oder? Sehr geehrte Leute, was geht? Mein Name ist Patrick und willkommen auf unserem Kanal, Kollege Puffreis. Zum Totti haben auch wir ein paar Packs geöffnet, waren am Schluss, glaube ich, weit über 100. Am Montag im Stream waren ja die Stürmer zu ziehen und am Donnerstag dann alle Spieler. Haben dann es auch geschafft, als, glaube ich, zweiter oder dritter Streamer hier auf YouTube Deutschland einen Totti zu ziehen. Ich will euch nicht zu viel verraten, wünsche euch schon mal viel Spaß beim Video, schaut's bis zum Schluss an, lasst gerne ein Like und ein Abo da und folgt uns auch auf Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bin raus, Zergen. Auf geht's, Paddy. Stefan, Zergen. Aber es gibt immer noch 75 Rare, also freue ich mich nicht zufrieden. Nein! Ja! Und noch Miki Tarjan. So eine Scheiße. Der Höchste bisher. Ich hätte auch Kalt unter dich. Er hat jetzt ein Schlitzziel. Ist null. Oh no. Ah, das ist eine Wand, das ist eine Wand, das ist eine Wand. Mann, ey, halt doch die Fresse. Nein, Mann. Oh, H85. Bis jetzt das Höchste. Ja, der hat er topb bisher. Das ist echt nice. Ich hab schon wieder Angst. Naja, wenn du jetzt auch mal wieder siehst. Ich hab aber kein Wort. In der 15 Karte kann auch, es ist eine Wand. Ey, komm jetzt! Lass doch die Fresse, was ist denn los? Hallo? Was soll das? Nimm mich mal mit für SPC. Wär's sogar 85, weil SPC ist immer durchs 2 dann auch. Ja gut, hab ich gesagt. Noch ein 3-8. Also auch wenn es 1,8 gewesen wäre, wär ich drüber. Ja. Bitte, Mann, Alter. Hätte er's gesagt, hätt's zählt. Ja, nein, aber so, der, der angezeigt wird. Oh, Gott! Oh, Alter! Aus dem Pack? Aus 5K-Pack, Mann! Das ist gar 5K-Pack. Nicht? Douglas Costa! Kevin! Nicht schlecht erspricht. Geil! Alter, Junge. Das ist der Erste. Ja, Zergenhai. Erster Workout, Jungs. Wenn ich jetzt einen Totti ziehe, kann ich dann immer noch den seltenen Spieler in den Packern? Weiß ich nicht. Was war der Klaus für einen Sitz? Äh, Prime Langer. Das ist ja da. So. Komm, zieh mich. Äh, zieh einen Workout. Bitte, einen Workout oder einen Schlitz. Will, dass der Putty den Bums isst. Das ist eine Wand. Yes! Muss. Was Gutes? Gabriel Jesus hätte ich jetzt dacht, aber Jonas, ja, ist nicht schlecht. War klar, dass du den ziehen musst, oder? Ja, klar. Ja, komm mal. Na, dann krieg ich den. Hab jetzt mal die 100 Abos geschafft, der Money Gaming, nice. Funktioniert. Das ist halt wie du bist. Ja. So, jetzt auch. Für den Tag sind halt eigentlich auch nicht schlecht. Das ist eine Wand. Yes! Muss. Ich meine, ich freue mich einfach für den Jonas. Und? Oh, Sanchez. Oh, der bringt seine 4K. Den nehmen wir mal mit. Aktuell wahrscheinlich. Na ja, das interessiert mich jetzt. Die laufen jetzt wahrscheinlich reihenweise aus. Für 700 Coins. Ich gebe mal einen Tipp. Nee, Vati hat verloren. Vati hat verloren. Ich hab verloren. Ich bin schon so im Rücken. Ich muss mich nur aufwärmen am Anfang. Ey, kein Walkout. Aber ne Wand, ne Wand. Ich kann mal in mein Handy suchen, Marvin. Scheiße, Marvin. Ah, das ist Sokrates. Sokrates. 84. 84, das ist ja Aussage. Die SBCs, wie lange die draußen sind, müssen wir gleich mal gucken, weil nicht das Geld ist. Die sind 24, die Sumpen draußen. Also bis morgen 19 Uhr. Dann kommen wieder neue. Das Spiel-Effekt hatte ich noch nie was cooles. Was cooles. Nee, ich auch nicht. Ja, das müssen wir jetzt ändern, Jungs. Ja, das ist mir egal, beim Walkout freu ich mich nicht. Walkout ist Walkout. Italien. Taubat. Buffon. 88. Nice. Geil. 88 nimmt man mit. Mbappé kann nicht mehr drunter sein. Ganz knapp. Oh, Kompany auch noch. Let's go. Das ist lächerlich. Dann nimmt aber derjenige, der verliert von euch beiden zwei. Wollt ihr die 550 voll machen? Game Master. Dankeschön. Falls meins echt besser sein soll, als ihr. Ist ne Wand. Ihr nehmt zwei, wenn ihr verliert. Ist ne Wand. Ihr nehmt zwei. 84. 84. Der halt verliert. Derjenige, der verliert. Ja, ja, klar. Wenn ihr gleich habt, nimmt ihr da einen. Wie viele Toddys wir schon hatten? Sieben. Äh, Lost? Keinen. Schön wär's. Ich hab noch nie in meinem FIFA Leben jemals einen Toddi zogen. Das wär geil. Das ist Prime, ne. Nicht Prime Goldspieler, ne? Ja. Also Warcourt hatten wir noch keinen. Äh, Totti hatten wir noch keinen. Yes! David was 2! Warum 2? Nehmt bei nicht. Aber nicht mit schlechtern 2. Reingreif. ZDM Kante. Oooooooooooo! Kante, Mann! Nice! Dude, let's go! War kein Top, zwar aktuell nicht im Totti, aber. Trotzdem, seine 200 oder 300k. 200k hat er noch. Geil! Jungs! Yes, Mann! Das nehm ich gerne an, du! Leider nicht auf meinem account, aber freu mich trotzdem. 285k noch. Kante? wäre jetzt im toddy gewesen der hätte man nicht gezogen ja jannik ich zieh mal das schnell davor also 7 5 über jonas komme ich nicht drüber aber ich will es mal wieder im walkout sehen das ist ja gar nichts jetzt kommt es auch eine wand kevin hat Hunger Goretzka oh genug an 84 das muss ich erstmal drücken ein mega pack jetzt eine Wand yes 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 company nice ich bin durch jungs ich bin durch bei Bosse auch noch nicht ich geh dir jetzt auf an yes walkout oha scheiße spanien iniesta viniesta aber es war wohl patrasch und kef haben FIFA nie geliebt also richtig wir können es nur noch zehn stück hand in form mal gucken je nachdem klingt schon wirklich beste die sticker sind schon sehr cool es gibt es doch nicht das ist null gönnt die mögliche nur müll ja außer eriksen und fernandinho ist nichts drin ja und könnt kann einer von euch auch mal der wand ziehen das wird langsam langweilig erste premium spieler pack premier league hast du noch für immer irgendwas anzunehmen walkout kommen jungs es ist nicht blau am ende vielleicht aber wäre das wäre geil du graupe aber an 86er film den ersten workout gezogen ich glaube so was ich kann tee oder so als er nicht im tod die war jetzt die paar tage ja da haben sie es hochgeschraubt das ist umso bitterer ist wenn man sieht der wand in form der ziemlich scheiße der ist top man gleich abstoßen eigentlich das sind die mal letzte von dem premium komplett der bessere packs das ist krass das macht man diese karte hat das kühl die waren auch mal besser ja ja geil wow 84 ich glaube da wirkst du bisher oder das ist drin das ist der pick meine überragende leistung das hier die woche wow wow ja lindelöff nehmen wir mit wunderbar eine geile karte richtig richtig stark heftig ne machst besser das habe ich heute auch im glück er nimmt auf ok immerhin 85 ich weiß aber gar nicht eigentlich wollte ich ja den den military zum spielen ja das ja 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 Nein, der hat mir nicht gezogen. Ich freue mich noch mehr auf dem Livestream, dann im Einhornkostüm. Oh, der blau. Ja, ja, Mann! Let's go! Das kann doch nicht wahr. Yes! Was los, Jungs? Mask it up! Let's go! Oh mein Gott! Das kann doch nicht wahr sein, Alter! Was ist los? Ja, Pisse! Krass! Let's fucking go! Let's fucking go! Lass mal stehen in der Sache, oder? WTF? WTF, Jungs? Ja, Mann! Holy shit! Holy shit! Da kann doch was drunter sein! Fuck! I'll touch you!